Wenn man 5 zu 3 überzahlt, fünf Minuten lang nicht ausnutzt, braucht man sich nicht wundern, wenn man am Schluss nicht gewinnt. War heute eines der schlechteren Heimspiele, aber es kann nur besser werden. Ja, war jetzt nicht das beste Spiel, geht besser, aber jetzt wollen wir den Derby-Sieg am Sonntag und dann passt das auch alles wieder, dann ist wieder alles gut. Aber wir waren zum ersten Mal hier, war sehr unterhaltsam, aber leider verloren, und beim nächsten Mal dann. Was will ich noch sagen? Ja, das Problem war besser. Die Chance machen, am Anfang vom letzten Drittel, der Überzahlen ist ja nicht genutzt, das muss gegen so eine Mannschaft gut sein, wenn du was holen willst, das hast du nicht gemacht. Die waren halt besser, und da könntest du nichts machen, es gab Niederlage, die schlimmer waren. Mein Gott, gegen Ravensburg könntest du es machen. Ich hoffe, wir machen so ein neues Derby, dann ist alles gut. Josias, gegen Ravensburg, mah-j summissoner, mit links zu spское Wilsoninnen und von euch zu knackern imprenn lassen zu und machst es weiter,